Innovation. Guten Schöpfen. Wir sind alle sehr am Milliard zueinander. Teamgeist. Ist der Fleiss dabei? Wenn wir mit dem FC Rivilla im Nachbisdorf zu shooten, gegen eine andere Firma, und wenn wir nach dem Spielen, wenn wir noch ein Bierchen, dann ist Rivilla, und das Spiel nochmal analysiert. Ich dachte, das ist das, was perfekt zusammenfasst, dass wir hier sonst noch nicht zusammenleben.